Berecht machen! Rechner mit Fallkontakt! Sie sind hier! Kontakt im Süden! Kontakt! Auf die Straße! Süden! Kontakt! 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 Auf der Straße! Die Gasse auf der anderen Straßenseite! Los! Echo 3-1! Sie können vorrücken! Verstanden! Wir kommen zu Ihnen! Auf Aktivität achten! Was ist das denn? Verschwindet! Hier draußen ist es nicht sicher! Nein, das geht hoch! Nein, das geht hoch! Wir nehmen wieder ein Uwe! Neu sammeln! Sofort! Da ist das Gelände! Garak, benutzt die Schlüsselkarte! Bring uns rein! Hier ist Bravo 6, SAS! Ich habe nicht gedacht, dass Sie es schaffen! Wir brauchen einen sicheren Raum für einen Gefangenen! Ja, Sir! Sicherer Raum in der Residenz! Folgen Sie mir! Das muss reichen! Postieren! Wache halten! Wir holen ihn später! Ich werde weg sein! Aber wir sehen uns wieder! Sollten Sie einfach hinrichten! Ich brauche Luftunterstützung! Und ich brauche Sie jetzt! Negativ 06! Ich kann nicht noch einen Vogel riskieren! Kate, geben Sie mir irgendwas! Wir haben die ganze verdammte Stadt gegen uns! Nur eine Drohne in Reichweite mit wenig Treibstoff! Die bleibt nicht lange oben! Schicken Sie sie her! 06 Ende! Alex, Herr Bier! Nach Norden! Sichert das Dach! Kyle, Farah, ihr kommt mit mir! Roger, Captain! Roger! Captain, die Marines kümmern sich um Nachzügler bei der Botschaft! Da draußen ist nichts, Sir! Die kommen wieder! Von der anderen Seite! Woher wissen Sie das? Ich würde es so machen! Sie hat Recht! Auf der anderen Seite vom Dach neu positionieren! Stellung sicher! Ich will das ganze Feld im Blick haben! Zwölf Uhr, Kaffee! Männlich! Potentialkämpfer! Wunderwaffnet! Bleib bei Ihnen! Zwei noch! Pfarrer! Das sind Speer! Wir sind hier hin! Nicht dort! Verfolgen! Mach ich! Irgendwas hat sie aufgeschreckt! Da rechts! Noch zwei! Sie verschwinden! Sie verschwinden! Sie verschwinden! Ich konnte eben nicht nach rechts! Stimmt was nicht! Da ist der Kommen gleich weiter! Hey! Da sind noch mehr Unbekannte! Anderes Ende des Fels! Untersuche! Kämpfer! Die suchen uns! Sie nähern sich! Scheiße! Hab sie verloren! Alex! Alles ruhig! Moment! Da ist Aktivität! Mitte des Fels! Elf Uhr! Wo? Negativ! Ist nur der Wind! Klappe halten! Sie beobachten uns, Käpt'n! Noch ein Wort! Und ich schicke sie da raus! Ja, Sir! Sie zählen auf die Lichter! Haben wir Angriffsfreigabe? Was denn, Anwalt? Wir sind blind! Still! Augen aufs Gras! Wir haben ein Leuchtsegnarer! Wir schalten sie im Licht aus! Leuchtgeschosse! Mach es hell, Kai! Sargent! Mit dem Werfer auf dem Dach ein Leuchtsignal abfeuern! Achtung! Ich würde aber einfach sagen! Da laufen welche! Hitten auf dem Feld! Angriffen! 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 Hitten auf dem Feld! Das ist gefechtet! Ich schuss aus den Lasten! Komm bei dir! Die Schrauben auf dem Feld! Ich schau dich! Schau dich! Halt den Kopf unten! Schau dich! Ich schau dich raus! Alka, Herr Kalle auf den Eichenfeld! Alka, Herr Kalle auf den Eichenfeld! Wir kommen näher! Wir kommen nach unten! Ich schau dich, Alka! Du wechst hier nur mit Kornfinger! Du wechst hier nur mit Kornfinger! Achtung! Halt ihn, Herr Kalle auf der Fluss! Scheiße, alles klar, ich kann nichts sehen, von wo aus ich schieße. Gefeuert. Ja, okay, ich mache, ich bin schon drauf. Letztes Käpt'n. Da werden noch mehr kommen. Wie sieht's bei der Munition aus? Wird knapp, Hälfte noch. Fast leere. Keine Kugeln verschwenden, jeder Schuss muss setzen. Zwei Laster, fast nach Süden, am anderen Ende des Fels. Bestätigt. Vielleicht ziehen Sie den Schwanz ein. Sie positionieren sich neu. Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Brunter! Arzis! Steif es jetzt! Dein Wissler! Brunter zum Dach! Hey! Allt sage ich nicht alle! Alle fache. Allt rüber! Allt rüber! Allt rüber! Allt rüber! Oh! Wee! 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 Oha, meine Deckung ist weg. Alter, die wollen den richtig hart. Danke. Wieso kann ich gar nicht schießen, ich hab doch noch... Sie brechen durch, sie brechen durch... Ach, scheiße. Ich hab nur das Gefühl, wir wären hier ein bisschen überrannt. Aber das Gefühl kann auch täuschen. Halt! Halt! Schau! Schau! Sie sind da. Sie sind da. Es ist ein Künstler. Schau! 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 Wo denn? Genau! Sergeant, einpacken und zu mir. Roger. Bravo 6, hier ist Jaguar 4-1 für Luftunterstützung. Waffen scharf. Versanden 4-1, auf Ziele warten. Flieger für Luftunterstützung. Eine Drohne, Treibstoff gering. Habt verstanden. Drohne ist in Position. Du musst Ziele markieren. Captain, wir sollten uns den Wolf schnappen und verschieben. Negativ. Wir halten diese Position. Danach können wir weitersehen. Geben wir ihn auf? Vielleicht müssen wir das. Aber dann nur mit einem Kopfschuss. Los! Feuchtsignal geht aus! Ich bin der Helfer hier auf das Gebäude. Markiert mit dem Fall! Direkter Treffer. Direkter Treffer. 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 Rakete gestartet. Volltreffer. Verstanden. Rakete ist unterwegs. Einschlag. Alles sicher. Nicht mehr lange. Okay. Ostseite. Was ist denn die Ostseite? Unbekanntes Fahrzeug am Ende des Feldes. Zivilisten? Oder eine Autobombe. Es kommt auf uns zu. Es kommt auf uns zu. Sind Sie bewaffnet? Nichts. Sie fahren weiter. Alles okay. Dein Glück, Mädel. 06, Jaguar 41. Aus dem Ost nähern sich Ihnen Feinde. Over. Gestertigt. Weiteres Ziel markiert. Feuer noch mal. Gefeuert. Mitte. E demo. Jaaa, ladt schneller nach! Ich muss immer wenn der piept, dann ist es eingeloggt. Auf der Straße! Direkter Treffer! Verstanden? Markieren! Gefeuert! 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 Weiteres Ziel markiert! Kein Einschlag! Was ist kein Einschlag? Der ist bei dem Truck! Das ist kein Einschlag! Oder nicht? Rakete gestartet! Dann sollte man nicht die ganze Zeit mit Raketen spielen! Bei dem Truck! Auf ein Ziel! Was du nicht! Was du nicht! Was du nicht! Da geht's! Da geht's! Da geht's! Roger! Hat sie! 0-6 Jaguar 4-1 ist ohne Treibstoff. Drehe bei! Verstanden 4-1! Danke! Was heißt das, dass wir auf uns allein gestellt sind? Das war sie! Das war sie! Achtung, Leuchtsignal! Fertig! Kein Schutzfeld! Wir müssen sie ausschalten! Ich gehe! Aber nicht alleine! Charge! Ja, Hadir! Danke, dass du schön in die Schussbahn gegangen bist! Ja, super! Ja, super! Der Typ mir in die... Ihr seid aber Gefangener von mir! Ich gehe! Aber nicht alleine! Garry, geh mit hab hier! Schaltet das Börse-Team aus und kommt das Börse-Team! Marine! Fuss mit 10! Ja, Sir! Jetzt ist das Merde von uns! Zeige! Zeige! Ja! Ey, wie geht das denn? Manche Sachen muss ich einfach nicht verstehen! Ich schloss! Meinst zu, das ist ne gute Idee? Na gut, du entscheidest! Wenn du mir eben schon in der Schussbahn so gestanden hast! 06 wir sind am zielgebäude gehen rein das liegt noch einer das kann doch nicht wahr sein kleine camper trägst du? der ist auch dabei Ich bin ein Vampir. Kein Spiegelbild. Alle Einheiten. Hier Bravo 26. Halle Läuse ausgeschaltet. Das Gebäude ist sicher. Zurück zum Gelände. Schwester, da kommen noch mehr Kämpfer. Sie sind auf dem Gelände. Zur Residenz zurückziehen. Sie sind drinnen, Kämpfer. Sie haben die Residenz eingedrungen. Wir werden aus der Residenz beschossen. Ja, ich komme da nicht hin. Woher? Ich sollte vielleicht die Schwierigkeit noch eine Stufe runtermachen. Wir werden aus der Residenz beschossen. Sie wollen sich den Wolf holen. Schnell darüber, sichert den Wolf. Laufung, die Residenz. Ich stehe nicht, woher ist die Schüsse. Die ist der Einzige. Die ist der Einzige weg. Die sind der Einzige. Das ist das. Oh. Ja, wie soll ich denn hin? Ich kann nicht nach rechts. Ich kriege die Schüsse ab. Ich kann nicht nach vorne. Da ist Feuer. Ja! aaaaaaah aaaaaaaah aaaaaaah Ich glaube, der ist weg. Oder tot.